also acht folgen die nicht acht weil wir jetzt das ich meine auch noch mal willkommen zu zum bild wie die salmiert ich habe schon startet hat nämlich ich meine an sich machen wir jetzt ist es das hier noch ist wenn du hast gesagt was denn noch eine extra da waren ja schon so dass wir jetzt dann drei folgen haben wir zusammen jetzt vier noch gemeinsam jetzt aufgenommen oder den mika ja ja ist der soll zu lösen also müssen wir sagen müsste man auch das ist jetzt hier ja das sind vier weil er sich ist hat die aufnahme mit voll 41 der letzten aufnahme session ja 41 über die letzte letzte aufnahme session haben wir jetzt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht hier mit acht von haben wir schon aufgenommen das haben wir gesagt wir machen ja vier wir machen erstmal so acht von der mann pause und so dass wir uns eine mehr machen und das jetzt hier die eine mehr dann mache ich noch drei folgen alleine sozusagen ja und dann morgen den rest oder wie dann sind wir eigentlich schon so zu sagen dann haben wir schon alles ich dachte 16 folgen der will dann mache ich dann mache ich sozusagen noch sieben darum passt so jetzt einen sich an sich habe ich heute also komplett portal aufgenommen jetzt heute noch so eine offene session holen und danach heißt es ja danach heißt es wenn ich noch watchdots weil ich auch noch so was auch noch für watchdots machen muss und dann muss ich sozusagen die malen an schnupsen dass so zu sein und sicherlich ist aber und sachen aufnehmen na dann viel spaß ich glaube an sich muss ich vielleicht auch mal zusammensetzen sozusagen mal was davon sich anschauen vom von den von fiete wiest hier mal mal vielleicht auch sachen ideen hat was er machen kann also aber du hast ja ein häuseres haus gebaut in normal minecraft ich meine die häusersache alleine dieses feld was er gebaut hat mega feld es reicht natürlich für drei brote doch reich schon für drei brote weil ich mich auch getestet das hier hinten machen wir hier noch was die walten weg ich muss mir einmal brot kraften damit ich nicht verhungere weil wir den hart hart modus an wir wollen ja auf hart spielen was hundert man ja sonst verliert man kann erleben ich wollte einfach nicht verhungern das folgt das vielleicht auch nicht weil wir auf hart spielen ich dachte wir spielen auf normal wir spielen auf hart ok hat's schon angemacht ich hab gerade hart angemacht deswegen wir machen schon mal einfach hier nur so wie normal so da bräuchte wieder holz ich denke er wurde von jemandem gebaut ich werde von jemandem gebaut aus ja so ganz neu weißt du ich werde ertrinke aua ich sterbe jetzt nicht naja das geht noch weil oder warum wenn du erst befeuchtet dich das feld hier da drunter ist noch stein da drunter ist Wasser da drunter ist Wasser schön zu sehen wieviel ist das nass da drunter ist Wasser da drunter ist Wasser da drunter ist Wasser für zu sehen wieviel wieviel davon wird sonst würde ich da den restlichen teil abkapseln an sich mit ich habe den flack also ich habe meine felder hier gerade ein bisschen jetzt den letzten schliff verpasst von unserem sein weil sich das grätshaus muss ja noch gebaut werden hier die glas decke dann rennt jetzt ja auch nicht mehr rein hm keine kürbis oder hab ich noch kürbis arm ähm flackssitz hab ich da ne liefpads hab ich auch noch da hat's aufgehört zu rechnen na hat's so ok verteil ich da hinten nach den flackss über die Melonen ich schlage über die Melonen verteil ich die flackssitz so bei mir was wir wollen aber schlagen warten bis man die Dänen rumt ja gut da ist auch ein unterschied zwischen und zwar du bist nur 8 Uhr wach und ich um 6 das ist die die bei mir die 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 Hat der entweder keine, oder sonst? So, gucken wir uns holen, was hat er eigentlich wieder so gebaut? Hahaha, das ist ja geil! Ah, das ist aber das Lader, das in Marble gebaut hat, okay. Drei Feuerzeuge? Okay. Interessant. Ich meine, eigentlich jetzt das, was ich entdeckt habe. Da bin ich unten im Meer, also wirklich im Meer, unten drin, kriegst du Kästen und da kriegst du Luft. Oh, okay. Und da kannst du einfach laufen, wenn's... Genau. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Oh, das ist meiner. Das sind jetzt sagen gerade, weil... Blöden leuchtet danach wieder in die Tüste. Wieder in die Tüste. Ne, ne, den brauchst du nicht. Ich brauch den gar nicht. Ich meine, bei Mietern in der Tüste oder sowas drum. Kürbiskopf? Ja. Ja, das war meiner. Den hab ich in die Küste mit eingeschleust. Au! Au! Ach, schüttel. Ah, hallo! Hi! Herr Nachbar! Anwesend oder... Ding da, Abi. Danke. Ja, Haus ist ja offen, wie man da sieht. Da hinten. Alles offen. Schapute Wollte. Haben sie dir mann Bien? Naja, ob man die direkt auch so finden kann, ist dir mann Bien? Vielleicht... Ich hab hier Bienen, die sind... Blau? Als sie haben eine blaue Umrandung, aber ich weiß nicht, ob die... äh, Dingst dir, Max. Da wird wohl doch sehr interessant hier, wenn das Haus oder... Ja. Und zwar auch riesig. Ich hab jetzt auch ne Idee ab und stille. Oh Gott. Er auf etwas anderes fixiert. Oder auf Windows. Aber... Wo ist denn der Elm? Das wird tabliert und schalt. Ja, weil an sich... Wenn das hier... Ah, dringt ihr... Was ist denn? Das ist ein kleiner Tier hoch. Oder doch kleiner hoch. Weil ich eh dann nicht rein. Was denn? Was denn? Ja. 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 Gente shutdown. Grenzen. Ja. 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 wasserland ziehen und das soll am besten der schrieb lastig ist nicht dass wir erstmal welt irgendwelchen materialen und haben dann später alles abreißen müssen davon wieder ja ich habe hier schon ein bisschen erweitert die radios als wahrenhinweis das haus wird schon noch riesig meinte anwesen wohl eher da musst du ein mittels haus könnte dann der locker reinpassen bei dir auf jeden fall oder ja da ist ein mittels haus hier kann man es ja mal gucken wenn sie den snor umrandon ich habe vielleicht auch noch eine feucht ich glaube ich mache dann vielleicht mal ein bisschen Holzbüller ich mache ja mal eben die bäume hier in der umfeld mal ein bisschen weg jetzt nehmen wir unseren wald den wir hier haben das hier bei der kiste k k sehr viele künfte ich habe was sehr viele könige hast du Ja, ich habe hauptsächlich nur Könige bekommen. Wie ist das denn jetzt miese daran, dann braucht der eigentlich auch die Drohnen. Ja, was du willst an sich, Peter. Und was hast du eigentlich in deinen Kartensum aktuell? Schau mal hier vorne hin. Suche für ein 1.0x, also einmal. Ich meine, ich habe bei mir ein Lacktel auf 0,5. Wenn ich hier sozusagen hier vorne stehe, bis wir da hinten den Netzbereich wollen und als Teller sozusagen machen, ja. Bis dahinten hin sozusagen so. Schon ein bisschen was, oder? Okay, ja, schon. Das war sozusagen dann die Belegung so weit nach hinten zu gehen. Aber wir müssen halt erstmal fangen halt hier unter dich an. Alter hab ich jetzt zugemacht, oder? Ja. Weil wir sozusagen erstmal das Material haben müssen, um die Sekte sozusagen zu bauen. Weil wir machen das jetzt nicht, dass wir erstmal mit anderen Materialen anfangen wollen. Sonst wäre es ein bisschen nervig. Wir müssten erstmal alles abreißen wieder. Ähm, muss ich so irgendwas zu lassen. Mal entspann ich wahrscheinlich noch sozusagen dann, auf so einem Zeichen sozusagen dann komme. Ja, so. 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 Ich wäre schon ein Zombie-Sterben. Ah, bitte. Start halt. Ah, jetzt kommt ich weg. Ich habe es noch. Nee. die machen immer noch am tag auch ihre kleinen schmützel ich würd grad schon sagen will ich die schwelle jetzt angreifen oder wie Bienenheilf was? Bienenheilf hab ich hier bei mir ok ich muss bei mir auch mal wieder sein ja vielleicht suche ich wenn ich mit den Aufnahmen fertig bin vielleicht suche ich dann mal wieder mal danach oder dass ich vielleicht so ne sache finde dass sie vielleicht für die neuen Terminatums einen Addon haben dass sie auch die Bienen drin haben weil wenn du jetzt so auf die Bienen fliebst, kriegst du ja nichts raus bei den Bienen ja da findet sie auch einen Addon dass hat der Tessie mir mal den Link mal schickt ok was würd denn jetzt die Fischungsteuer vermuten? du hast die in der schlechte Tessie bei so'n Tessie was so für gute Peter ich weiß nix hehehe was die in der schlechte sich den Namen Tessie verbirgt das ist ein sehr nüse Nigg also Cassie kann man auch als jungen Namen glaub ich nehmen wenn ich richtig liege ich weiß nicht ob man den Namen auch als jungen Namen nehmen kann das muss ich nicht sozusagen aber an sich ist es ein jungen Name ich weiß schon ok der eigentlich Paul Patrick heißt nur das muss das sowieso sein ich weiß nicht ich weiß nicht achso wer der Patrick heißt ich glaub das war der Name seiner Katze oder sag mal das ist sozusagen der Name der Katze über den er sozusagen genommen hat ok ich mein jetzt hör mich in die Außenzahlen nur durch die Katze kennenlernt auf den ihren Tess den ich aktuell gar nicht bekomme mal andere sagt er ist da drauf aber ich komm nicht drauf keine Ahnung warum keine Ahnung warum wollte ich gerade sagen ja das bist doch immer bei den Katze ach ich komm nicht drauf ach ich komm nicht drauf ich bin noch nicht in den Ratten bei Saki ok ok so so hier ist der hier ist der in der oberen Teil würde ich das nicht machen dass ich das in der Teil hier oben machen sondern hallo? nö achso das war am 7 vor ja was aber ist so wir sind schon wieder am Ende der vollen Land jetzt doch schon wieder diese 2 Minuten mehr als was wir eigentlich geplant hatten aber naja macht jetzt auch nichts aus ja das irgendwie ist es halt immer so und dann guck mal nicht auf die Uhr und dann so was 3 Stunden Aufnahme scheiß ist eine Folge das ist er wohl jetzt ich meine hatte ja ich meine an sich ich habe an sich habe ich eigentlich ein wie ein Programm mit dem man Video schneiden soll ich habe damit aufgegeben das zu machen der braucht Stunden irgendwie der hapert sehr das Teil tschüss tschüss aber dann bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss